Herzlich Willkommen zu unserem neuen Unboxing Video. Mein Name ist Basti und ich stelle euch zum zweiten Mal eine Vinylbox von einem Soundtrack vor. Diesmal ist es Hotline Miami 2 Wrong Number mit der True Disk Collectors Edition, welche unter anderem auch das Spiel beinhaltet. Ich würde sagen, packen wir mal aus und schauen mal rein, was uns im8bit.com uns doch zur Verfügung gestellt hat. Das ganze Artwork ist von El Huevo und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das innen aussieht. Gut, da rutscht natürlich auch die erste Platte schon durch. Mit der Rattenmaske wahrscheinlich. Ja, die Rattenmaske. Wie sie im Spiel heißt weiß ich leider nicht. Das ist die erste Seite, die erste Schollplatte. 1A und 1B. Ja, hier ist auch die Phone Card. Auf der der Code vom Steam Spiel drauf gedruckt ist. Und schauen wir mal weiter. Das sieht schon ziemlich verrückt aus, wie das Spiel an sich auch ist. Genau, mit Rick dem Hahn. Damit die erste Maske im ersten Spiel gewesen. Und der Cobra Maske. Er ist natürlich etwas komisch eingepackt hier. Ja, relativ schnell wahrscheinlich. Relativ schnell wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, relativ schnell. Wie ist das? Ja, relativ schnell. Ja, relativ schnell. Ja, relativ schnell. Ja, relativ schnell. Und da bedanke ich mich auch. fürs Zuschauen. Und immer weiter die Webseite verfolgen. Die News verfolgen. Es könnte demnächst auch weitere Spiele mit speziellen Soundtrack Editionen herauskommen. Und die werden wir natürlich für euch auch wieder auspacken. Dann noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.